Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mangas. Es wird wieder Zeit, Intrigen zu schmieden, Messer zu schärfen und am Ende als allerletzter Überlebender ein Lächeln im Gesicht zu haben. Was heute alles so passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Als zweites bin ich gestorben. Du bist egal. Okay. Oha, ich bring dich um. Ach, wieder Mumpfmumpf. Aber das ist machbarer, aber trotzdem sehr, 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 sehr schwierig. Ach, ich habe hier keinen Task. Redet man einmal. Also jetzt versuchen wir mal hier ein paar Snacky Snacks zu machen. Hab Hunger. Carol. Nora. Frigo war das. Snora wieder durch. Essen, 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 essen. Mumpf, 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 Mumpf. Blum, blum, blum. Blum, 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 blum. Aber lecker. Hm. Schon erfolgreich als letztes Mal. Security Noah ist da. Könnte es gewesen sein. War es Noah? Könnte sein. Und Jo. Einen Task. Ja, Noah ist böse. Noah ist so was. Hübscher Show. Tricksie. Hm. War das Spade oder Jack? Ich habe reported. Das war äh, wie ein Lieb. Äh, bait, bait. Bait. Ich bin mit Portbutton spammed rumgelaufen. Im Reactor. Und da war Icebox. Aber ich dachte... Ja, wir sind verhexed. Nee? Ja. Ich hätte zwei Leute verhexen. In einer Runde. Ja, klar. Die Runde ging halt sehr lange. Du hast halt einen Cooldown. Ja, und wir haben entweder Cleaner oder Frissack. Oh, true. Also ich stehe hier direkt für Frigo. Gleiches. Hm. Also, so doof es klingt. Ah, er ist verwundert, dass er reported hat. Klingt nach Fade. Ist okay. Ist okay. Ich weiß, dass Shani und Skill immer sehr lange in den Ad mit Warn und Frick oder auch sehr viel rumgegeistert ist. Ja. Das wäre doch nicht eine logische Erklärung, warum beide gecursed sind. Ja. Passt. Also die einzige, die ich offensichtlich länger an mir drangestanden sehen habe, war Trixie. Aber das war beim Blättermachen, aber danach kam Shani direkt rein. Ja. Bin dann mit Shani zusammen in Nav und dann auch wieder runtergegangen. Und man muss ja auch nur drei Sekunden bei der Person sein, oder nicht? Ist das nicht wie ein Wahnsinn ist? Ich wollte gerade sagen, du kannst auch während des Laufens die Leute verhexen. Frigo, wie lange? Ich muss das für dich stehen bleiben. Ich jetzt aufgeben. Kann dir aber auch ohne Waffens passiert sein. Da waren nämlich fünf oder sechs Leute am Anfang. Gibt's da auch irgendwie ein Kograiner am Anfang? Da war ich auf jeden Fall nicht dabei. Zehn Sekunden. Ja gut, aber bei Weapons kann das schon sein, ne? Aber Frigo war Anfang der Runde, ist Frigo Navig... Nee, war O2, wo ich, wo die meisten an Weapons standen. Da ist ja Richtung Weapons gegangen, wo das Licht ausgegangen ist, war ich Navigation. Da kam, zumindest glaube ich, ist ja der einzige, mit der Fahrball jetzt noch, ne? Ja. Na, Icebox. Nee, das war Icebox war, glaube ich, nicht da in der Nähe. Da kam mir Navigation entgegen. Also so lange hat er dann nicht bei euch gestanden, oder so? Das hat mich verpasst. Ich war nicht mal an Weapons. Und ich war nicht vorbeigelaufen. Okay, okay, aber wir müssen... Also ich war mit Frigo in O2. Dann war es meine letzte Runde für heute. Ich darf nicht reden. Ich habe gesagt, Icebox hat gekillt, aber... Alles okay. Hä, wann hast du es gesagt? Das habe ich gesagt und dann wurde ich unterbrochen von Bore und jetzt boten offenbar nämlich wieder. Wie immer. Deswegen, ist okay. Dann bin ich weiter raus. Ich load mit dir Ice. Nein, 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 bitte. Ich habe mich selbst geworfen. Das ist egal. Ja, aber es ergibt keinen Sinn. Dann... Ich habe das gar nicht gehört. Gar nicht gehört. Tut mir leid. Hey, du musst vorletzte Runde kommen. Das geht nicht, Frigo. Hier gibt es doch keinen. Er hat definitiv gesagt. Oh, wow. Ja, deswegen unnötig ist es vielleicht einfach... ...unterlassen. Ja, dann machen wir es jetzt mit Wortmeldung. Hm. Sadly sad. Ja, es ist halt die Frage, ob man dann gleich raus muss. Ähm. Ich hatte natürlich auch schon mein Leben... ...schlechte Runde oder halt einen schlechten Abend. Ne? Aber... ...war auch alles anlackig. Hört, glaube ich, auf ihn. Ist ja früh gestorben, wenn er mal was hatte. Hm. Hm. Wieso ist das so? Bitte. Oh, nein. Nein, 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 nein. Haha. Hast du nicht noch 5 Sekunden warten können? Nö. Maschee hat genommen, genommen. Und wer hat gekillt? Aber das ist jetzt nicht das Problem, glaube ich. Nora hat gekillt, glaube ich. Die stand ganz weird. Nora stand ganz wild Cafeteria, obwohl Rack da anging. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Seid aber auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, wenden, killen und niederschnitzen. Tschüss, bis dann.